Liebe Autogross-Fans, wir sind weiter in den Niederlanden unterwegs und besuchen Freunde und Partner von Autogross Germany. Jetzt sind wir hier bei Hans des Malen bei Titanium Raceparts in der Nähe von Zwolle. Wenn man so im Hintergrund schauen tut, sieht man schon so etliche Fahrzeuge. Die Halle ist sehr, sehr voll und es wird auch mächtig gearbeitet. Im Hintergrund das Auto von Hans des Malen und im Vordergrund ist das Fahrzeug von Chris Waldschmidt. Hallo, das ist Hans aus Holland. Normalerweise, wenn wir einen neuen Wagen machen, dann beginnen wir erst mit Bügen von allen Teilen. Das können wir auch alle Großes machen und alles. Danach geht es an Malen, um zu machen. Und dann, ja, normalerweise sind die Enden der Produkte da. Aber wir können, das ist eine neue Wagen für Willi. Da sind wir, da müssen wir noch viele anmachen, aber, ja, wir sollen das machen. Und dann gehen wir noch nach meiner Aufdehlung, weil wir das Titanium schweißen. Hier machen wir die Teile, wenn wir das Titanium schweißen müssen, weil das in einer Kuppel gemacht werden muss, weil nur allein das Gas in ist. Und dann gehen wir mit einer Hand herein und dann können wir schweißen und alles. Und wenn die Teile fertig sind, können wir das abritzen und dann daraus nehmen. Hier haben wir eine Bank, wo wir eine Teile drehen können und alles. Ja, und so haben wir, da haben wir eine neue Bank für die Malle, die ist noch voll mit allen Teilen von Willi und alles. Aber normalerweise, wenn das sauber ist, dann geht die Wagen auf die Malle. So, das ist, ja, dann können wir alle Teilen, die schraubbar sind, die machen wir von Titanium. Das ist nur das von vorne. Die Schwingarme von vorne machen wir von Titanium. Das ist auch an dein alten Wagen. Die hinten, die Schwingarme kommen von Titanium. Das ist der Rek hier, das kommt von Titanium. Ja, dieses ist Titanium. Hier kommt Titanium. Alles, was wir schraubbar machen können, das macht von Titanium. Aber die normale Teile, der Raum von der Wagen, das macht nicht von Titanium. Das ist, ja, es ist zu hart, wenn Feuer im Wagen ist und Brandwege können das nicht kaputt machen. So, darum können wir das nicht machen. Ich hasse das gefragt, aber das macht nicht. Jetzt haben wir den Rundgang gemacht bei Hans des Malen und Jocke des Malen bei Titanium Race Parts. An euch zwei erstmal ein herzliches Dankeschön, dass wir bei euch sein durften. Es war sehr informativ, was ihr hier alles so machen tut. Und das letzte Wort hatte ich das erste Mal die Jocke und danach dann nochmal ganz kurz der Hans. Vielen Dank alle, dass ihr gekommen seid. Und wir hoffen das erste Mal, das nächste Mal bis Selau. Alles Gute für jeder und Gas drauf. Sehr schön, Jocke, danke. Hans, das letzte Wort noch für dich? Ja, was muss ich noch sagen? Ich habe alles gesagt, glaube ich. Ich habe eine gute Reise, Heimreise nach Hause und wir sehen uns in Selau. Ja, das auf alle Fälle. Es war schön bei euch, war immer schön in den Niederlanden. Wir werden es öfter und wahrscheinlich nochmal sehen hier. Denn ich bin ja ein bisschen neugierig und gucke ab und zu mal hier rein. Dankeschön. Danke. Tschüss.